... die Kanonen ab. Komm mal, ich bin hier. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle freiliegt, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Verstanden. Was jetzt? Da, Herr Heinz! Mein Sanitäter hier! Still! Still! Schwerer Sütze! Vorsicht! Schwerer Sütze! Schwerer Sütze! Haha! Uuuu! Schwerer Sütze! Everzeit! Schwerer Sütze! Die zweite Zelle gehört Ihnen, Kommandum. Okay, was hacke ich jetzt? Willst du durch die Seite hier, oder was? Einmal hacken, bitte. Kommt wie immer, kommt hier eine Beschütze. Sicher ist sicher. Wo, wo, wo? Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? F2, da muss ich noch ein Ziel hin. Oh, jetzt hat es mir geschützt. Das ist ja egal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie? So gut. Ja? Ein Sprenger platzieren. Ja, oder was? Aber wie? Die Zelle ist bereit, Kommandum. Gut, ich platziere einen Sprengsatz. Na komm. Darf ich bitten, Kommandum? Was passiert, wenn die Bombe hochgeht? Das werden wir ja sehen. Oh mein Gott. Genau, wie geplant. Oh ja, klar, klar. Äh, gehört das auch zum Plan? Halt sie sich irgendwo fest! Oh Iger, Schilde! Komm schon, Druide! Nein, ich will nicht sterben! Nein! Nein! Oh. 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 Ich bin der Kino-Trupp! Die Dauntless hat wieder Energie, aber die Jock-Klammern halten uns fest! Wie können wir helfen, Sir? Verstehen Sie die Kontrollsteuerung dafür! Sir, ich soll die Satelliten beschützen! Keine imperiale Station angreifen! Zweifeln Sie nicht! Mit meiner Autorität, Commander Bersiom! Station angreifen! Satelliten beschützen! Das sind jetzt Ihre Befehle! Ja, Sir! Hast, bereiten Sie sich auf einen Angriff auf den Stationskontrollturm auf Hondur vor! Wir können auch die Dock-Arme zerstören, um die Klammern abzuschalten! Das wird die Energie kappen! Ja, jetzt soll ich noch zerstören hier! Ich muss meine Finger auch noch wegblasen, bevor der Gatsch! Okay, ich zerstöre jetzt da hinten irgendwas! Ach, Rebellen abschauen! Scheiße! Gut! Rebellen dürfen nichts von unserem Plan mit Operation Asche erfahren! Ja! Wie lautet denn unser Plan, Sir? Ja! Mach das Teutel mehr, denn hier der einzige Weg zum Frieden! Admiral Bersiom! Und die Galaxis säubern, Commander! Damit Sie wissen, wer wirklich herrscht! Okay, dann geht's! Commander Jäger im Anführungs! Zerstören Sie die Schiffe! Okay, falls die Schiffe zerstört, oder egal! Gute Arbeit, Commander! Wenn wir den Kreuzer ausschalten und übernehmen, könnten wir viel über den Feind erfahren! Die Rebellen bringen uns nichts! Ihre Schwächen würden uns scheitern lassen! Durch dich, Agent Task! Ordnung entsteht nur, wenn die Galaxis sich uns unterwirrt! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist er! Oh mein Gott! Sehr gut! Satelliten werden bald in Sicherheit sein! Wo setzen wir die Satelliten ein, Sir? Schluss jetzt mit diesen Fragen, Commander! Befreien Sie mein Schiff! Ja, wir haben noch viele Fragen davon. Aber wo war es denn? Oh mein Gott! Ich bin viel zu nah dran! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin viel zu nah dran! Reisen Sie die Klammern ab! Nicht so easy, mein Freund! So, wenn es reicht! Uiih! Wir müssen Sie in Angriffsposition! Wir müssen Sie... ... und kennenlernen... ... und sehen Sie lieber noch. Ach kümmerle. Es gibt kein Strages. Wir müssen Sie wieder in Angriffspositionen...